Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Format. Wie heißt es? Kanalvorstellung. Mich schaut uns heute mal den Kanal Dena an. Dena ist sehr berühmt für seine Minecraft-Videos. Er hat ja schon über 1000. Aber kann ich kaum einholen? Hahaha. Nein, ähm, hier. Er hat auch letztens nicht für Speed gezockt. Hier alles Minecraft. Toy Story Minecraft hat auch gezockt. Sim City hat auch gezockt. Das sind mindestens auch 70 in den Lager. Nein, also Elemente halt. Schau mal kurz nach. Oh, geht nicht her. Das geht schon weit runter. Ja, 56, knapp dran. Ja, und auch noch die Formel 1 mit dem Sturzioparden. Da haben sie zwei Saisons gespielt. Die erste Saison im Toro Rosso und die zweite im Sauer. Wir können mal einen schnellen Vorschnitt sehen. Darum bei mir ein bisschen mal. Meine Empfehlung übrigens, ihr stellt euch beide Videos an. So nebeneinander in zwei. Aaaaaah, zuh, ich bin ein reibere Woll. Oaaaa, er ist in! Er ist in! Ich bin aus! Er ist in! Ich bin aus! AAH, ich komme zu Hause! Oh, so knapp soll ich dir! Ja, bei mir ist es leider nicht so dramatisch! Ja, das ist eben auch das Format. Formel 1. So, ich habe dann Black Ops, Belfield, Baller in der Nacht mit DNA, Black Ops, ja alles mögliche. Hier ist nochmal die Blattlist. Also hier Need for Speed, Maker-Projekte, Let's Play, Hardcore. Hier zockt er auch, Trailer-Fr... keine Ahnung wie das heißt, müsst ihr selber draufklicken. Auf jeden Fall DNA abonnieren. So sieht DNA überhaupt aus. Nachricht ist es so jung. Aber jetzt. Früher sah er so. Willkommen mein lieben Jan, gehst du einen neuen Dinastag. Ja, alles mögliche über DNA. Einfach hier jetzt DNA angeben und dann einfach abonnieren. DNA... DNA ist einfach klasse. Und dafür am Abschluss lasse ich euch nochmal Dinastag 2.0 anschauen. Viel Spaß und dann verabschiede ich mich schon. Ciao. Guck mal hier runter. Wo bist du denn? Hier. Du bist ein kleinerer! Du bist ein kleinerer! Ich lebe noch, ich lebe noch. Wie findest du DNA? Baaaaaam. Guck mal, jetzt hab ich auch neue Boots an. Eins, zwei, drei und... Oh, Hammer! Richtig Stylo, Mann. Wow! Ich hab's umgerannt. Weil du sonst stürmischer Typ bist. Was? Was? Shit! Bin runtergefallen. Wie kann man hier runterfallen? Das geht doch gar nicht. Ich dachte, das geht. Jetzt bin ich aber perfekt, Sturzio. Ich hab jetzt schon Geschwindigkeitsüberschuss. Ich hab jetzt schon Geschwindigkeitsüberschuss. Ich hab jetzt schon Geschwindigkeitsüberschuss. Nein! 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 Ist das ein neues Haus? Slendy. 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 Das geht ins Mikro und das wird dann aufgefangen als... Nein! Als nicht mehr hörbares Signal. Du bist schon wieder in die falsche Richtung gelaufen. Nein! Ich lauf ja! Wo? Mit hier lang? Das meine ich mit dem. Da kann man noch... Woher Test da so jetzt! Ich bin da hier lang! Nein! Ich bin ein Traitor! Ich bin ein Traitor! Scheiße! Was ist das? So ist die B****? Nein! 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 Mann! NeAAELL! Nein! W contar! Was müssen, wenn der Bubba... ist?! Weißt du wodurch ich gestorben bin? Weil du zu viel Fallschaden bekommst! Ja! Mit Sicherheit, ne? Doch! Wow! Shit! Seid ihr verrückt! Pause! Wow! Oh nein! Oh nein! Hilfe! Die Schule brennt! Ja hier! Da! Da ist Traitor! Ich seh da!